Yo, was geht ab Leute? Ich bin euer Phantom. In diesem Video zeige ich euch die Einstellungen für die Audio, damit ihr die Footsteps, also die Schritte der Gegner, am besten hören könnt. Und zwar, die meisten TikToker oder YouTuber erzählen euch ja immer, dass ihr hier bei Audio Mix Kopfhörer Bassverstärkung benutzen sollt. Das sagen euch 95% der Videos, die hier überall rumkussieren. Aber ich zeige euch jetzt mal die Einstellung, was die meisten Turnierprofispieler benutzen. Und zwar geht ihr dazu einmal in den Audio Mix und stellt dort Heimkino ein, anstatt die Kopfhörer Bassverstärkung. Die Gesamtlautstärke, die dreht ihr mal runter auf 50, das reicht vollkommen aus. Musiklautstärke braucht die überhaupt gar keine in dem Spiel. Ja, die Musik hört sich hier cool an und so weiter bei Warzone, aber ihr braucht sie einfach nicht im Menü. Ist auch einfach nur nervig, wenn man mit Leuten in der Party ist und im Hintergrund läuft die Musik und so weiter. Dann die Dialoglautstärke, die stellt ihr nicht komplett aus, die stellt ihr so ungefähr auf 50. Die ist dafür da, dass euch angesagt wird, wenn ein Gegner zum Beispiel eine UAV anmacht oder dass jetzt irgendein Brezi kommt oder sonst irgendwas oder ein Clusterschlag. Ja, damit ihr das auch audiomäßig auf den Kopfhörern hört. Wenn ihr das komplett ausstellt, dann kriegt ihr das sonst nicht mit. Dann die Effektlautstärke, das ist wichtig. Die lasst ihr auf 100, denn das bestimmt unter anderem auch, wie laut ihr die Schritte hört. Okay, die müsst ihr auf 100 lassen. Die Treffergeräusche hören sich bei diesem Spiel tatsächlich wirklich gut an, vor allem wenn man Headshots macht. Ja, das ist ein geiles Geräusch, was da kommt. Aber das stellt ihr trotzdem runter auf 40 bis 50, würde ich sagen. Also ich stelle das runter auf 50. Dann habt ihr da schon mal alles richtig eingestellt. Jetzt werde ich euch aber nochmal eine Einstellung für PC-Spieler zeigen, was das Ganze mit den Footsteps nochmals etwas besser zu hören macht oder wie man auch immer sagt. Und dieser Tipp hier ist jetzt nochmal speziell für PC-Spieler. Und zwar könnt ihr in euren Windows-Einstellungen den Ton auch nochmal verbessern. Ihr geht hier unten einmal auf das Symbol von euren Systemlautstärke und drückt hier die rechte Maustaste. Dann geht ihr hier auf Sounds, dann öffnet sich ein weiteres kleines Fenster. Das sieht so aus. Dort geht ihr nun einmal auf Wiedergabe und jetzt sucht ihr hier eure Kopfhörer raus, wo eure Audioquelle ausgewählt ist, also was eure Audioquelle abspielt. Bei mir ist das hier einmal mein GoXLR und hier drückt ihr die rechte Maustaste und geht auf Eigenschaften. Jetzt geht ihr hier einmal hier oben auf das dritte Feld, Enhancements, geht hier einmal drauf und macht hier bei Loudness Equalization, macht ihr einmal den Haken rein. Okay, ich hatte den jetzt schon drin gehabt, aber den macht ihr einmal rein und dann drückt ihr auf Übernehmen. Das Ganze macht jetzt, dass laute Töne wie Gunshots zum Beispiel oder Explosionen im Spiel leiser werden und die Footsteps aber wesentlich lauter werden. Ich werde euch jetzt hier auch nochmal ein Beispiel gleich einblenden. Was ihr aber nicht vergessen dürft ist, wenn ihr kein Warzone mehr spielt oder kein Multiplayer mehr spielt, dann müsst ihr diesen Haken auch wieder raus machen. Wenn ihr Netflix guckt oder YouTube Videos guckt oder was auch immer, dann hört sich das echt irritierend an. Also den Haken dann nach dem Spiel nicht vergessen wieder raus zu machen. Ist ein bisschen nervig, immer rein, raus und so weiter, aber es lohnt sich. Hört euch das hier jetzt bei diesem Beispiel einfach an. Wie ihr mitbekommen habt, ist das ein riesen Unterschied, ob man den Loudness Equalization an hat oder ob man den aus hat. Ihr könnt das Ganze ja super gerne mal testen und mir dann eure Erfahrungen in die Kommentare reinschreiben, ob ihr das jetzt auch so benutzen werdet oder nicht. Ich bin jetzt hier mit raus. Peace out, euer Phantom.